Cha-Tian Yang studierte Klavier an der Kunst Uni Graz und Sprachwissenschaften an der Uni Graz. Sie ist als Pianistin und ehrenamtliche Generalsekretärin der gemeinnützigen Organisation Live Music Now Steiermark tätig. 2016 wurde ihr als erster Taiwanesin von der Europäischen Kommission der Titel EU-Integrationsbotschafter in Verlin. Cha-Tian Yang erzählt in ihrem Buch Unterwegs mit Cha-Tian Yang Geschichten mit Migrationsvordergrund, Alltagserlebnisse und Beobachtungen aus ihrem Leben. Diese Geschichten sind zunächst als Kolumnen in der Straßenzeitschrift Megafon erschienen. Ich bin ein Berliner. Das ist die Geschichte, in der ich über die Hochzeitsreise mit meinem Mann schreibe. Berlin gehört zu meinen Lieblingsstädten in Europa. Nach jedem Besuch verliebe ich mich ein Stück mehr in die deutsche Hauptstadt. Schatz war noch nie dort und ließ sich von mir überreden, an unserem ersten Hochzeitstag eine romantische Reise zu zweit nach Berlin zu machen. Wobei Schatz und ich den Begriff Romantik unterschiedlich definieren würden. Für Schatz, in dessen Körper ein recht historischer Herz schlägt, sollte der Höhepunkt unserer romantischen Zweisamkeit eine Spezialführung durch den Deutschen Bundestag sein. Nach der stundenlangen, ausführlichen Besichtigung des Deutschen Bundestages verlassen wir das imposante Gebäude. Ich erschöpft, Schatz inspiriert. Ich sehe auf der davorliegenden Wiese einen aus Afrika stammenden jungen Mann, der einen großen Zylinder und eine coole Sonnenbrille trägt, heftig gestikulieren. Um ihn herum etwa zwei Dutzend Menschen im Halbkreis, die ihm wie gebannt an den Lippen hängen und zwischendurch Fragen stellen. Neugierig bleibe ich stehen und stelle staunend fest, dass es sich um eine deutsche Besuchergruppe handelt, die mit ihrem Reiseführer unterwegs ist. Und dieser erklärt gerade in makellosen Deutsch die deutsche Gegenwartsgeschichte. Begeistert erzähle ich Schatz, was ich gerade erlebt habe. Schatz zog longchalant die Schulter und meint, es ist ungefähr so, wie wenn du in deinem Klavierunterricht in Österreich den Leuten die Artikulationsregel der Wiener Klassik erklärst. Was können die LeserInnen von ihren Texten lernen? Ich schreibe sehr gerne über die Menschen, die ich unterwegs treffe. Und in meinem Buch teile ich die Freude an den zwischenmenschlichen Begegnungen mit meinen Lesern und LeserInnen. Und ich hoffe sehr, dass sie auch Gusto bekommen auf mehr und neue Begegnungen mit anderen Menschen. Denn jeder Mensch, ganz egal wo er herkommt, kann für uns eine schöne Bereicherung sein. Wir müssen es nur zulassen. Was ist Alltagsrassismus? Für mich beinhaltet der Begriff Alltagsrassismus so scheinbar harmlose Vorurteile wie, ach ihr Asiaten, ihr seid ja die besseren Ausländer, ihr seid alle so fleißig und ihr macht keinen Lernen. Und ja, diese Vorurteile klingen zuerst wie ein Kompliment, aber sind aber sehr verallgemeinert. Weil ja, wenn ich daran denke, ich kenne auch faule Asiaten. Und was den Lernen angeht. Man braucht nur in eine Karaoke Bar hineingehen, dann weiß man ganz genau, wie viele Lernen Asiaten machen können. Und ja, und so denke ich, ist es auch wichtig, dass wir immer wieder nachdenken, ob wir den Menschen zu viele Etiketten geben, dass wir den Menschen in den Menschen nicht mehr sehen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir alle arbeiten können. Ein Stück Österreich in Taiwan. Ich habe die große Ehre, Österreich musikalisch zu präsentieren, in Tape, der Hauptstadt Taiwans. Die Vertretungen mehrerer EU-Mitgliedsstaaten feiern dort gemeinsam ein ausgelassenes Fest, anlässlich des Europatages und des 15-jährigen Jubiläums der EU-Vertretung in Taiwan. Aufgeregt packe ich mein schönstes Dirndl, sowie Operetten, Polka und Walzernotten ein und fliege von Wien nach Tepe. Das zweitägige Fest mit über 40 Standeln für geschätzte 100.000 BesucherInnen findet im großflächigen Fußgängerbereich zwischen mehreren gigantischen Einkaufshäusern statt. Das EU-Büro hat eine kleine Bühne eigens für meine Klavieraufführungen aufgebaut. So weit, so gut. Doch über meine Bühne befinden sich mehrere Werbefassaden, auf denen überdimensionale Leinwände eingebracht sind. Kinofin-Trailer und Werbespots laufen nonstop, einer lauter als der andere. Typisch asiatische Metropole halt. Ich frage den Veranstaltungstechniker leicht verzweifelt, wie ich da Klavier spielen soll. Er verzieht keine Miene und antwortet mir trocken, ganz einfach, ich werde sie so verstärken, dass sie alles übertönen. Am Ende stellt sich heraus, dass meine Sorgen tatsächlich unbegründet waren. Meine taiwanesischen Landsleute sind an akustische Überreize gewöhnt und kommen in diesem klanglichen Labyrinth problemlos zurecht. Im Dirndl werde ich schnell die Attraktion für das neugierige Publikum. Ich erkläre, was es mit Marshall auf sich hat. Rechts bedeutet verheiratet, links bedeutet noch zu haben. Zu meiner großen Überraschung sitzen auch mehrere Auslandsösterreicherinnen im Publikum. Die davon erfahren haben, dass österreichische Tanzmusik gespielt wird. Die Stimmung ist beschwingt und dem Publikum scheint meine Musikwahl zu gefallen. Nach meiner ersten Aufführung kommt ein älterer und sehr sympathischer Österreicher zu mir, mit Tränen in den Augen. Der katholische Priester aus Tirol lebt schon mehrere Jahre in Taiwan. Er trägt ein kurzemeliges grell-pinkes Poloshirt, typisch taiwanesisch, und einen Tiroler Hut. Ich bin so gerührt, sagt er in fehlfreien Mandarin mit breitestem taiwanesischem Akzent. Ich hätte mir nie gedacht, die Musik aus meiner Jugend in Taipei zu hören. Übrigens bin ich auch taiwanese. Vor einem Jahr habe ich den taiwanesischen Personalausweis erhalten. Ich antworte auf Deutsch. Ich bin auch Österreicherin und es ist schön, wieder mal in der anderen Heimat zu sein. Wir verstehen uns ohne weitere Worte und fallen einander in die Arme, lachend und weinend. Zwei Heimaten im Herzen zu tragen heißt, immer die zu vermissen, in welchen du dich gerade nicht befindest. Gleichzeitig weißt du, dass du immer zu Hause bist, egal in welchen davon du auch bist. Was bedeutet Heimat? Heimat ist für mich dort, wo du verstehst und wo du verstanden wirst. Das heißt, wo du einfach sein kannst und eingenommen und akzeptiert wirst, wie du bist. Und ich denke, in diesem Sinne kann jeder Mensch den anderen dabei helfen, sich zu Hause zu fühlen. Weil wenn er oder sie dann eingenommen und akzeptiert wird, dann ist er zu Hause. Und da entsteht dann so eine harmonische Stimmung. Und das ist eine Stimmung bzw. die Atmosphäre, die ich auch für unsere Gesellschaft wünsche. Als ehrenamtliche Integrationsbotschafterin fungieren Sie als Keyspeakerin auf Konferenzen und sprechen in Schulen mit Jugendlichen über Vorteile, Ängste und Zukunftswünsche. Welche Themen sind Ihnen dabei besonders wichtig? Ich bin selber ein paar Jahre in die Schule gegangen, hier in Graz. Und in der Oberstufe war ich die einzige Asiatin in der Schule. Da habe ich mich sehr oft sehr einsam gefühlt und ich habe immer das Gefühl, ich habe mich nirgends hingehört. Und ich war anders als all die anderen. Ich habe immer gedacht, ja, ich habe mich so gefühlt, weil ich einfach eine Ausländerin bin. Viele, vier Jahre später bin ich darauf gekommen, dass es gar nicht so war, sondern das sind Gefühle, das sind Ängste, Unsicherheit, die jeder Mensch mal in seiner Jugend und seiner Pubertät haben kann. Und man soll sich von diesen Gefühlen nicht verunsichern lassen. Also das ist die Botschaft, die ich den Kindern und den Jugendlichen gebe, wenn ich in den Schulen unterwegs bin, weil ich auch in ihren Augen die Unsicherheit sehe. Und ich möchte auch ihnen zeigen, schaut mich an. Ich habe es auch geschafft. Ja, ich war auch am Boden und trotzdem, es wird besser. Es wird Zeiten geben, wo du dich nicht mehr so einsam fühlst. Und das Wichtigste ist nur, dass du an dich selber glaubst. Und ja, und daher ist es mir auch sehr wichtig, in die Schulen zu gehen und mit den Jugendlichen zu reden. Und es gibt nichts Schöneres dann zu sehen, wenn ihre Augen zu glänzend anfangen, weil sie sich dann verstanden fühlen. Und ja, und deswegen mache ich das. So, Thomas!